Du wirst vielleicht total überrascht sein, ich werde dir nachher sagen, welches Küchengerät, was ganz, ganz, ganz viele da draußen haben, du vielleicht auch, ich als völlig unnötig empfinde. Herzlich Willkommen hier bei einer neuen Folge beim Keep It Simple Podcast. Ich bin die Nadja, ich bin der Host dieses Podcasts und ich bin Mealprep-Expertin, helfe vielbeschäftigten Menschen dabei, ihre gesunde Ernährung auch im allervollsten Alltag endlich zu meistern und zwar einfach und zeitsparend. Und hier bei diesem Podcast und auf diesem YouTube-Kanal möchte ich dir möglichst viel Hilfestellung rund um das Thema Vorkochen mitgeben und einfach mal so verschiedene Themen ansprechen, die wichtig sein könnten. Und du siehst, wenn du das Video schaust, vielleicht schon, worum es gehen könnte heute. Ich habe mich dazu entschieden, heute mal das Thema Küchenhelfer anzuschauen. So Must-Haves oder auch Nice-to-Haves oder auch so komplett unnötige Küchenhelfer. Und du wirst vielleicht total überrascht sein, ich werde dir nachher sagen, welches Küchengerät, was ganz, ganz, ganz viele da draußen haben, du vielleicht auch, ich als völlig unnötig empfinde. Das werden wir nachher uns anschauen. Aber zuerst mal habe ich hier mal ein paar von den Geräten, Küchenhelfern aufgebaut, die ich mal nacheinander mit dir einfach durchgehe und ein paar Worte dazu sage. Was empfinde ich jetzt als wirkliches Must-Have? Was ist ganz praktisch und welches braucht man eigentlich nicht? Und was ist so wirklich die Basis, Grundausstattung, mit der du schon richtig, richtig gut vorkochen kannst? Denn mein Motto ist ja Keep it simple. Also das ist so der Slogan, der über allem steht, wo ich einfach sage, hey, mach es dir einfach. Du brauchst nicht viel Schnickschnack drumherum. Es reicht eigentlich, wenn du so ein paar Dinge einfach da hast. Damit kommst du super gut klar. Das reicht. Mehr brauchst du eigentlich nicht. Ja, lass uns das einfach mal durchgehen. Was du also wirklich brauchst, das ist jetzt nicht unbedingt ein Helfer, sondern es gehört zur Grundausstattung einer Küche, ist einfach ein Topf oder am besten zwei Töpfe in unterschiedlicher Größe, einen größeren und einen kleineren mit Deckel und auch eine Pfanne, eine größere und eine kleinere Pfanne. Also ich habe auch noch eine Pfanne, die hat ein bisschen höheren Rand. Das finde ich auch ganz praktisch. Wenn man dann einfach so ein bisschen mehr Soße oder sowas vorkocht, ja, gerade wenn du vielleicht für mehrere Personen vorkochst, dann ist es natürlich ganz cool, du hast so eine Art Wok, weil da einfach richtig, richtig viel reingeht. Aber auch da, ich würde dir empfehlen, immer eine Pfanne zu kaufen, die auch einen Deckel hat. Das beschleunigt nämlich das Kochen und auch das Braten, das Dünsten auch in der Pfanne super, super arg. Also achte darauf, wenn du dir eine Pfanne kaufst, dass sie einen Deckel hat. Okay, also das ist schon mal Tipp Nummer eins aus der Erfahrung raus, absoluter Zeitspartipp. Das heißt also, das ist mal wichtig, du brauchst nicht vier, fünf Töpfe und vier, fünf Pfannen in allen Größen, sondern wie gesagt, es reichen zwei Töpfe und zwei Pfannen in unterschiedlichen Größen. Damit kommst du schon richtig, richtig gut zurecht. Ich habe zum Beispiel auch gar nicht mehr als zwei Töpfe, koche für drei Erwachsene vor, habe einen Sohn, ein Kleinkind und das reicht mir in aller Regel. Genau, und auch mit einer Pfanne, also die kleine Pfanne benutze ich meistens nur so für irgendwie mal ein Spiegelei anbraten oder ein bisschen Rührei machen oder sowas oder ein Tofu anbraten. Also so einzelne Komponenten, die ich anbrate, aber wenn ich jetzt wirklich eine Bolognese mache oder einen Curry mache, dann nutze ich immer die größere Pfanne, die auch wirklich so einen hohen Rand hat und da kriege ich auch wirklich so drei, vier, fünf Portionen auch unter. Das ist also was, was zur absoluten Grundausstattung gehört, ein absolutes Must-Have ist fürs Vorkochen. Dann habe ich hier was stehen, das ist ein Mixer, also ein Mixer mit so Stäben, ja, die haben unterschiedliche, also einen Knethaken und auch eben so einen anderen Aufsatz, wo man Teig zusammenrühren kann. Finde ich auch ganz praktisch, gerade wenn man in den Bereich süße Snacks geht zum Beispiel oder mal einen Pfannkuchen machen will, das ist ganz praktisch, ist aber eher Kategorie Nice-to-have. Habe ich auch lange nicht gehabt, ja, wir sind auch eine reisende Familie, die sind seit zwei Jahren überall auf der Welt zu Hause und in möblierten Wohnungen und deswegen habe ich da auch keine perfekte Ausstattung oftmals und habe lange sowas nicht gehabt. Was ich aber immer dabei gehabt habe, das ist dieses Gerät hier. Das hier ist ein Food-Processor, den ich in der Hand habe, also einfach hier so ein Behälter, der drinnen Schneidemesser hat, die sich drehen, ja, auf Knopfdruck und die alles, was du da rein tust, klein häckseln. Also da kann wirklich auch nicht mehr, als das, was da drin ist, klein zu häckseln. Je länger du die Messer drehen lässt, desto feiner wird das püriert, was da drin ist. Das ist richtig, richtig geil. Meiner Meinung nach ein Must-Have in der Küche, weil es super vielseitig ist. Dieses Gerät würde nämlich auch einen Mixer ersetzen. Auch wenn du mal einen Pfannkuchenteig machen willst oder eben irgendwie einen Rührteig, dann kannst du das darin auch machen, weil der macht im Grunde Ähnliches, ja. Du kannst da auch Eier, Milch und irgendwie noch ein Öl reinmachen und einen Pfannkuchenteig mitmachen, weil das sich einfach da durchmixt. Richtig praktisch für sämtliche Rohkostsalate, wo du keine Lust hast, das irgendwie zu schneiden. Das machst du da rein, häckselst eben nicht zu lange klein, sondern eben so in der gewünschten Größe, wie du es dann haben willst. Du kannst damit Nüsse klein mahlen. Du kannst damit auch Dips machen, ja, also so eine Art Hummus. Aufstriche für Brot, ja, vegane Aufstriche selber machen. Du kannst damit Energy Balls machen, also Richtung gesunde Snacks. Energy Balls da drin klein pürieren. Das ist ein absolutes Allround-Gerät und vor allem gibt es die sowas von günstig. Ich habe jetzt dieses hier in Bulgarien gekauft, in so einem kleinen Tante-Emma-Laden. Ja, hier gibt es ganz viele solche Läden, die einfach alles haben. Von Schreibwaren über Putzzeug über Küchenutensilien und einfach alles gibt es da drin. Und ich glaube, das Gerät hat 17 Euro gekostet oder so. Und ich benutze es jetzt schon ein ganzes Jahr für, wie gesagt, alles Mögliche. Also das ist meiner Meinung nach ein Must-Have in der Küche, richtig, richtig nützlich. Würde zum Beispiel auch die nächsten Küchenhelfer ersetzen, nämlich die herkömmliche Küchenreibe. Wenn du also auch für Salate Gemüse raspeln willst, ja, dann ist das ganz praktisch. Es gibt ja auch dann unterschiedliche, also die hat jetzt nur, das ist auch mehr so eine Käsereibe, wo man auch mal irgendwie Käse, Parmesan oder sowas klein reiben könnte. Auch ganz praktisch. Andere Küchenreiben haben dann eben noch andere Aufsätze oder so, die man reinschieben kann, dass man Scheiben machen kann oder dass man es eben in so kleine Raspel bringen kann. Ja, nice to have, bringt einem ein bisschen Vielfalt rein, aber ich bin auch lange gut ohne ausgekommen. Wäre jetzt also nicht Kategorie Must-Have. Kategorie Must-Have wäre auch wieder was super Simples, nämlich ein Sparschäler. Dass du einfach Karotten schälen kannst, Gurken schälen kannst, Kartoffeln schälen kannst. Du könntest daraus ja auch, ja, aus Gemüse so ganz feine Streifen runterschälen und die dann anbraten, um einfach da wieder mehr Vielfalt zu haben. Wie bringst du das, in welche Form bringst du das Gemüse? Aber vor allem eben, um das Gemüse zu schälen, was du schälen musst. Auch super günstiger Küchenhelfer gibt es schon irgendwie ab 2-3 Euro oder so zu kaufen. Also absolutes Must-Have. Das gehört in jede Küche. Was auch in jede Küche gehört, sind gescheite Messer. Also lege dir gescheite Messer zu. Auch am besten 2-3 verschiedene, also verschiedene Größen, ja, mit einer längeren Klinge oder kleinere Gemüsemesser zum Obstschneiden, zum irgendwie Gemüse ein bisschen zu schneiden, für Salate oder so. Aber ich sage dir, wenn du gescheite Messer hast zu Hause, dann wirst du auch schneller beim Kochen sein. Also bei der Vorbereitung natürlich, ja. Weil je besser sich das Gemüse, was du vorkochen willst, gerade wenn du ja auch nach meinem System vorgehst und mehrere Gerichte gleichzeitig kochst, dann hast du einfach am Anfang eine gewisse Menge an frischem Gemüse zu schneiden. Und das schneidet sich wesentlich schneller, wenn du ein gutes Messer hast. Auch die sind ja nicht teuer. Die gibt es in Sets, ja, das ist jetzt von Ikea zum Beispiel. Die gibt es in sämtlichen Supermärkten und das lohnt sich wirklich, wenn du immer noch mit stumpfen Messern kämpfst. Entweder du lässt sie einmal ordentlich schleifen oder besorgst dir einen Schleifstein oder rangierst sie einfach aus und kaufst dir neue Messer, die gut schneiden. Und zum Schneiden kommen wir gleich zum nächsten Küchenhelfer, der auch mittlerweile für mich ein absolutes Must-Have geworden ist. Ich habe das lange so nicht gehabt und vermisse es aber, seit ich es habe. Und das ist ein gescheites Schneidebrett. Also wirklich, ich kann es dir nur ans Herz legen, ein gescheites Schneidebrett in einer ordentlichen Größe, so wie dieses hier. Ich verlinke dir das auch unterhalb in der Beschreibung, weil das einfach wirklich genial ist. Freunde von mir vor allem haben dieses Brett herstellen lassen, entworfen und geguckt, wie kann man das wirklich, wirklich gut und nützlich herstellen. Vor allem Highlight dieses Schneidebretts sind die Auffangschalen. Für Meal Prep einfach absolut genial, denn stell dir vor, du hast dir jetzt zwei, drei oder vier Gerichte rausgesucht, die du gleichzeitig vorkochen willst für deine Arbeitswoche. Das geht ja innerhalb von 90 Minuten nach meinem System, wenn du der richtigen Abfolge folgst, wenn du die richtigen Rezepte, die richtige Zubereitungsart aussuchst, dass sie sich gut miteinander kombinieren lassen, dann kannst du bis zu fünf Gerichte innerhalb von 90 Minuten zubereiten. Und für die Vorbereitung, wie gesagt, beim Schnibbeln, was jetzt auch ich zu den Messern gesagt habe, ist es so praktisch, du schnibbelst das Gemüse auf diesem großen Schneidebrett. Ja, es hat auch eine größere Fläche einfach, dass nicht sofort alles nebendran runterfällt. Ich habe auch so schon mit kleineren Plastikschneidebrettern gearbeitet und dann eben schneidest du eine Zucchini. Die Hälfte der Zucchiniwürfel liegt dann rechts und links neben diesem Schneidebrett und du versuchst es wieder irgendwie zusammen zu sammeln. Sammelst die von deiner Arbeitsfläche auf, machst es in eine Schüssel rein. Das sind wirklich einzelne Handgriffe, wo man denkt, ja gut, so viel Zeit braucht es ja nicht und es geht schon. Natürlich geht es irgendwie, aber ich möchte dir mitteilen oder mitgeben, wie geht es einfacher und schneller. Weil wir wollen ja alle Zeit sparen und nicht so viel Zeit in der Küche verbringen. Deswegen ist es einfach so genial, du schneidest auf diesem großen Schneidebrett und schiebst einfach die geschnittenen Würfel direkt in diese Auffangschale, die an diesem Schneidebrett dran hängt oder die hier reingeschoben wird, schiebst das da rein. Das Gute ist auch, wenn du zum Beispiel sagst, boah, ich schneide jetzt morgens schon ein bisschen was von Gemüse vor, kocht es aber vielleicht erst mittags oder du kommst erst mittags zum Vorkochen, dann gibt es hier sogar noch Silikonabdeckrauben, sodass du das vorschnippeln könntest, in dieser Auffangschale lassen könntest. Das sind Edelstahlschalen und könntest das mit dieser Silikonabdeckung abdecken und einfach schon mal in den Kühlschrank tun und dann irgendwann später zubereiten. Natürlich hält sich das jetzt nicht zwei, drei Tage so, weil das ist ja jetzt nicht luftdicht verschlossen, es ist einfach schön abgedeckt, damit keine Gerüche sich verbreiten und ja, dass da eben dann nichts dran kommt. Aber finde ich super, super, super praktisch. Seit ich dieses Brett habe, bin ich nochmal bestimmt fünf bis zehn Minuten schneller, einfach in meiner Vorbereitung und auch in der Nachbereitung, weil du kannst die andere Auffangschale, die auf der anderen Seite ist, für die Bioabfälle benutzen. Das heißt, du schneidest beispielsweise eine Zucchini, schneidest oben und unten ab, schiebst das, was abgeschnitten ist, in die eine Schale und das, was du brauchst, in die andere Schale und so sammelst du automatisch in einer Schale alle Bioabfälle und kannst die so einfach, wenn du fertig mit Schneiden bist, direkt entsorgen. Es ist ordentlicher, es ist sauberer und es geht schneller. Also deswegen Kategorie definitiv must have. Und jetzt kommen wir zu den Küchenhelfern, die ich jetzt auch nicht da habe, die ich dir auch nicht zeigen kann, weil ich sie für völlig unnötig empfinde. Ich habe sie noch nie vermisst. Eins davon hatte ich schon mal, ist nice to have, aber ist definitiv kein must have. Was ich mal hatte, ist ein Dampfgarer. Das ist schon was, wo man einfach nebenbei nutzen kann fürs Vorkochen und da ein Gemüse schonend drin dämpfen kann oder dünsten kann eben oder mal ein Fisch oder auch, da kannst du ja auch, da kannst du sämtliche Sachen schon drin zubereiten. Ist nice to have, aber definitiv kein must have. Deswegen habe ich das auch auf die Reise nicht mitgenommen oder habe es mir jetzt auf der Reise, während wir jetzt an verschiedenen Orten waren, nicht noch wieder zusätzlich zugelegt. Also Dampfgarer ist das eine. Das zweite ist eine Heißluftfritteuse. Viele haben auch eine Heißluftfritteuse. Ist auch sowas, wo ich sage, gut, wenn es jetzt da steht, dann kriege ich es auch integriert in meine Mealprep-Routine oder könnte ich dir auch sagen, wenn du sowas hast, könnte ich dir sagen, wie du es clever nutzt, damit du auch dann Zeit sparen, das in diese Systematik mit einbauen kannst. Aber ich habe es noch nie vermisst. Und jetzt das absolute Top-Küchengerät, was die allermeisten haben, wovon sie sich versprochen haben, damit wird alles leichter. Damit geht das ganz von allein. Damit habe ich keinen Kochstress mehr. Und damit kriege ich endlich meine gesunde Ernährung in den Griff. Und vielleicht erkennst du es schon, weil du aus diesen Gründen dir dieses Gerät gekauft hast. Es ist der Thermomix. Ich möchte dazu sagen, ich habe grundsätzlich nichts gegen den Thermomix. Ich möchte dieses Gerät auch nicht schlecht machen. Es ist mit Sicherheit ein super geniales Gerät, was ultra viel kann. Und vor allem dann geil, wenn du Freude und Zeit hast. Es auch wirklich entsprechend zu nutzen. Ich finde ganz ehrlich, das ist jetzt wirklich meine eigene Meinung, so wie es verkauft wird oder aus dem Grund, wo es sich viele zulegen, dass es dir Zeit sparen soll und den Druck rausnehmen und den Stress nehmen, dann ist es, finde ich, nicht geeignet. Weil das Ende vom Lied ist, dass es dein Problem nicht löst. Wenn du einen Alltag hast, wenn du dich da wiederfindest, dass dein Alltag wirklich sehr, sehr voll ist, keine Zeit bleibt, dass dir das Kochen mittlerweile gar keinen Spaß mehr macht, dass dir das viele überlegen und Rezepte raussuchen keinen Spaß macht, dass dir das ständige Einkaufen gehen keinen Spaß macht, dann ist dieses Gerät nicht für dich geeignet. Das ist meine ganz klare Meinung. Und auch die Erfahrung der vielen, vielen Teilnehmer, wir haben jetzt mittlerweile, habe ich 130 Familien schon begleitet, über mehrere Monate und ihren Stress genommen. Und ganz, ganz viele hatten den Thermomix und kamen zu mir, weil sie gesagt haben, es hat mein Problem nicht gelöst. Warum? Ja, du musst trotzdem Rezepte raussuchen. Du musst dir trotzdem einen Plan erstellen, du musst dir trotzdem eine Einkaufsliste schreiben und du musst dieses Gerät ja befüllen mit etwas. Klar, wenn die Zutaten drin sind, dann macht es viel von alleine und du kannst währenddessen auch irgendwie die Wohnung kutzen oder so. Das ist ja absolut gut, aber es nimmt dir nicht diese tägliche Überlegerei und diesen täglichen Stress raus. Und ich habe auch dieses Gerät noch nie vermisst. Diese Art, wie ich dir das Vorkochen beibringe, eben dass du drei, vier, fünf Gerichte gleichzeitig kochst innerhalb von einer Stunde oder anderthalb, macht einfach dieses Gerät völlig unnötig. Finde ich völlig unnötig. Ich habe auch schon so viele gehört, die es sich gekauft haben, nur für Babybrei. Und ich dachte mir so, ich habe dieses Gerät hier, diesen Food Processor für 17 Euro und der macht mir auch Brei. Also ich koche das Gemüse, die Kartoffeln, alles im Topf und püriere das halt dann darin, habe ich einwandfreien Babybrei gehabt. Also ich habe das irgendwie nie so ganz verstanden, aber auch da möchte ich dazu sagen, wie gesagt, für all diejenigen, die wirklich auch Freude und Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen, das ist dann wirklich mit Sicherheit ein richtig geiles Gerät. Und eben alle, die es haben, die dann irgendwann bei mir in der Masterclass gelandet sind, haben es auch weiterhin natürlich verwendet. Also ist ja klar, wenn du so ein Küchengerät hast, ein zusätzliches wie ein Dampfgarer, wie ein Airfryer, wie den Thermomix, dann baue es auf jeden Fall ein. Ja, dafür ist es da. Es ist auf jeden Fall eine Erleichterung, wenn man es richtig benutzt und wenn man es richtig einsetzt. Aber das alleine reicht in den meisten Fällen einfach nicht aus. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt so einen richtig guten Überblick darüber geben, was du brauchst, was du dir zulegen kannst oder was du vielleicht auch verkaufen kannst oder irgendwie weitergeben kannst, irgendwo verstauen, wo es keinen Platz mehr wegnimmt. Es ist auch richtig schön. Noch so eine Geschichte zum Abschluss. Eine Teilnehmerin, die bei mir in der Masterclass war, die mal gesagt hat, weißt du nicht, ja, ich dachte immer, für gesunde Ernährung brauche ich noch mehr Zeit und ich muss mich noch mehr damit beschäftigen. Ich brauche vielleicht noch mehr Küchengeräte. Und dabei habe ich eigentlich schon alle, weil ich bei jedem Küchengerät gedacht habe, das ist meine Rettung und das wird mir alles erleichtern. Und sie hat sich immer alles gekauft, was irgendwo im Angebot war. Neues Küchengerät, neuer Dampfgarer, neuer Heißluftfritteuse, alles, ja. Und nichts hat halt ihr Problem gelöst. Und sie sagte dann einfach so schön, du hast mich durch deine Keep-it-Simple-Art des Kochens, also durch diese Einfachheit, durch dieses Simple, man braucht nicht viel, man kommt mit wenig aus und es funktioniert so gut, von diesen Geräten befreit und auch von diesem Glaubenssatz befreit, dass gesunde Ernährung noch aufwendiger ist als die ungesunde Ernährung, die ja schon aufwendig für dich ist, jeden Tag, weil du jeden Tag irgendwie ein, zwei Stunden in der Küche verbringst. Und davon hast du mich befreit. Und das war für mich so ein schönes Feedback, weshalb ich auch auf dieses Thema gekommen bin, dir das auch mal so zu erklären. Und wenn dir das geholfen hat, das Video gefallen hat, dann lass mir auf jeden Fall ein Like da, abonniere unbedingt den Kanal, um auch weitere hilfreiche Videos und alle Tipps und Hilfestellungen nicht zu verpassen. Wenn du noch eine Frage hast zu einem Küchenhelfer, dann schreib es unbedingt in die Kommentare oder schreib mir auf Instagram unter at nadja.blattner.mealprep. Ja, da bin ich auf jeden Fall erreichbar und freue mich immer super arg über Austausch. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal einen schönen restlichen Tag, wann auch immer du das hörst und siehst und freue mich auf das nächste Video. Bis bald.